Hallo, ich bin Stormy. Bitte like und abonniere. Ich lebte mit meinen Eltern in einer kleinen Stadt in den USA. Meine Eltern liebten mich sehr und ich hatte ein einfaches, friedliches Leben. Bis ich an meinem fünften Geburtstag etwas Seltsames an mir entdeckte. Als ich mich nach der Party bei den Gästen bedanken wollte, war ich ziemlich nervös, denn alle starrten mich an. Wir danken euch allen, dass ihr zu meinem... Was für ein Mist! Das war das erste Mal, dass ich merkte, dass ich in nervösen Situationen stotterte. Alle um mich herum haben gelacht und ich bin einfach weggelaufen. Ich saß am Pool und weinte, als ein Mädchen in meinem Alter zu mir kam und sich neben mich setzte. Hey, ich bin Nora. Wir sind gerade erst hergezogen. Ich weiß, Reden sind ätzend. Ich hasse sie auch. Sie wischte mir die Tränen ab und ich legte sofort meinen Arm um sie. Es war, als wären wir dazu bestimmt, Freunde zu werden. Mami geht jeden Abend in den Park. Willst du mitkommen? Das wird bestimmt lustig. Und so trafen wir uns jeden Abend im Park und wurden bald beste Freundinnen. An einem solchen Tag sah ich ein anderes Mädchen mit Nora. Als ich mich ihnen näherte, fing das Mädchen an, laut zu lachen. Sag mir nicht, dass du mit ihr befreundet bist. Ist sie nicht die Dumme, die... ...d-d-d-Danke gesagt hat? Ja, das bin ich. Aber was ist dein Problem? Ah, wow, ihr seid die perfekte Kombination. Stormy das Dummerchen und No Eyes Nora. Sie lachte und zog an Noras Brille. Nora griff nach ihr, aber das Mädchen warf sie auf den Boden und stampfte darauf herum. Ich bin ausgerastet. Ich habe ihr einen Tritt verpasst und sie ist auf ihren Hintern gefallen. Wie kannst du es wagen, dich mit meiner Freundin anzulegen? Deine Freundin? Sie ist meine Schwester, du Idiotin. Was? Es stellte sich heraus, dass sie Noras Zwillingsschwester Lea war. Sie warf Nora einen finsteren Blick zu und lief zu ihrer Mutter, um sich zu beschweren. Sie kann nicht deine Schwester sein, Nora. Sie ist furchtbar. Ja, das ist sie. Deshalb habe ich sie dir auch noch nicht vorgestellt. Wir kommen einfach nicht miteinander aus. Aber danke, dass du dich für mich eingesetzt hast. Die Tage vergingen und wir fingen an, alle auf dieselbe Schule zu gehen. Wann immer Lea oder die anderen mich oder Nora schikanierten, standen wir füreinander ein. Das Leben war gut, bis Nora mir eines Tages in der sechsten Klasse die traurigste Nachricht erzählte. Ihre Familie würde nach New York ziehen. Ich will nicht gehen, aber mein Vater hatte auch einen wichtigen Job, den er annehmen muss. Es tut mir so leid. Sie umarmte mich und wir brachen beide in Tränen aus, während Lea uns verspottete und auslachte. Und das war der letzte Tag, an dem wir uns alle noch einmal sahen. Ich vermisse Nora so sehr, dass ich tagelang nicht einmal in die Schule ging. Aber dann haben Mama und Papa mich ermutigt. Langsam fing ich an, mich mehr auf die Schule zu konzentrieren und wurde eine Spitzenschülerin. Aber als ich in der Realschule war, hatten meine Eltern einen seltsamen Plan. Sie wollten, dass ich zu meiner Tante nach New York ziehe, um eine bessere Ausbildung zu bekommen. Ich war nicht so glücklich, sie zu verlassen, aber ich stimmte zu. Als ich in New York ankam, freute sich meine Tante sehr, mich bei sich zu haben. Sie ging mit mir in die Stadt einkaufen und bereitete mich auf meine neue Schule vor. Als ich die große Schule betrat, fühlte ich mich wie in einem Film. Ich ging direkt in den Unterricht, aber im Klassenzimmer waren fast alle Plätze belegt. Ich schaute mich um, als plötzlich ein Mädchen mir zuwinkte. Ich? Ja, komm schon. Hier ist noch ein Platz. Es war so süß. Ich ging auf sie zu, aber dann bemerkte ich an ihrem Lächeln, dass ich sie kannte. Oh mein Gott! Nora? Bist du das? Du siehst umwerfend aus. Und du hast Kontaktlinsen? Ich weiß, ich musste ein paar Änderungen vornehmen. Und du bist auch schön, wie immer. Wir schrien vor Aufregung, während die ganze Klasse uns wie verrückt anstarrte. Nora nahm mich auf einen Rundgang durch die Schule mit, als wir mit Lea zusammenstießen. Oh Gott, du schon wieder? Wie viele Verlierer kann eine Klasse der Jahrgangsstufe 9 noch ertragen? Und auch hier hatte sie eine ganze Reihe von Untertanen um sich herum. Es schien, als hätte sie sich kein bisschen geändert. Naja, vielleicht kannst du ja gehen und nie mehr zurückkommen. Dann hat die Klasse einen Verlierer weniger. Nora und ich lachten und klatschten uns ab. Lea sah aus, als wollte sie mich angreifen. Aber in diesem Moment kam eine Lehrerin vorbei und ich konnte entkommen. Später beim Mittagessen setzte ich mich mit Nora an einen Tisch. Und im nächsten Moment brachten uns zwei Mädchen das Essen wie in einem Restaurant. Hey, wisst ihr nicht, dass ich auf Diät bin? Nimm den Burger mit und bring mir einen Salat. Und auch einen für Stormy. Nein, nein, ist schon gut. Ich kann mir mein Essen selber holen, danke. Hey, warum? Komm, ganz ruhig Mädchen. Siehst du, sie geht schon. Jetzt hopp, hopp. Wow, ich war überrascht, dass sie so ein hohes Tier in der Schule war und ihre eigenen Untertanen hatte. Während wir aßen, saß Lea ein paar Tische weiter und sich sah ein seltsames Grinsen auf Noras Gesicht. Jetzt sieh dir diese Show an. Mit diesen Worten ging sie mit einer Flasche direkt auf Lea zu. Leise schüttete sie die ganze Flasche in ihr Essen. Lea schnappte zu und stieß sie hart. Nora fiel mit einem lauten Streit zu Boden. Ah, hört mal, Leute. Sie hat mich ohne Grund geohrfalt und runtergeschubst. Wollt ihr, dass ein gemeines Mädchen eure Präsidentin ist? Hör auf, dich zu blamieren, Nora. Du wirst verlieren, egal was du versuchst. Das werden wir ja sehen. Was ist hier los? Als sie zu ihrem Platz zurückkam, fragte ich Nora. Was soll das alles, Nora? Und ich habe gesehen, dass du damit angefangen hast. Das war nicht sehr nett von dir. Warum? Ich habe dir doch gesagt, dass du dich ändern musst, um in die Welt zu passen. Oder du wirst verlieren. Naja, zumindest wenn es um die Schulsprecherwahl geht. Ich kandidiere. Und Lea auch. Und ich muss ihr den Hintern versohlen. Ich mochte ihre billige Gewinntaktik nicht. Aber sie war meine Freundin. Und als sie mich bat, bei der Vorbereitung von Plakaten für ihre Kampagne zu helfen, tat ich das. Einen Tag vor der Wahl mussten die Kandidaten ihre Abschlussrede vor allen Schülern halten. Und ein zweiter Schüler musste auch für jeden Kandidat sprechen. Ich habe gebeten, dass Nora nicht zu mir aufschauen würde. Aber sie tat es. Und ich musste mich wirklich anstrengen. Ich fing selbstbewusst an. Aber plötzlich bemerkte ich, wie viele Augenpaare auf mich gerichtet waren. Und ich verlor die Nerven. Also, ja, äh, w- Was ich z-z- Stimmt. Für... Nein. Nora. Und die ganze Schule rief im Chor. Nein, nein, Nora. Nein, nein, Nora. Nora sah mich wütend an und stürmte davon. Ich rief ihr nach, aber sie hörte nicht auf. Mensch, ich habe es so vermasselt. Aber nicht mit Absicht. Sie hätte mich nicht fragen sollen. Und als die Wahlergebnisse bekannt wurden, wurde Lea zur Siegerin erklärt. Ich wusste, dass Nora sehr wütend sein würde. Aber ich hatte keine Ahnung, was sie als nächstes tun würde. Gerade als die vorherige Präsidentin, Lea, das Abzeichen der Präsidentin ansteckte, stürmte Nora auf die Bühne und warf Lea um. Sie riss ihr das Abzeichen direkt vom Hemd. Ich sprang auf die Bühne, um sie aufzuhalten. Aber in diesem Moment zog sie an Leas Haaren und sie fielen runter. Mein Gott, es war eine Perücke. Alle schauten fassungslos, als sie Lea ohne Haare sahen. Nora stand nur grinsend da, während Lea sich entsetzt umsah. Ich dachte, du würdest wenigstens dieses Versprechen einhalten, Nora. Du bist zum Kotzen. Sie brach in Tränen aus und rannte davon. Als Nora die Bühne verließ, lief ich ihr hinterher und packte sie am Arm. Bist du verrückt, Nora? Wie konntest du deiner eigenen Schwester sowas Schreckliches antun? Wer bist du? Was ist aus dir geworden? Wer bist du, dass du mich fragst, du stotterner Schwachkopf? Du hast mich die Wahl gekostet. Sie schubste mich so sehr, dass ich gegen die Wand stieß. Ich verlor die Fassung. Ich griff sie an und es kam zu einem heftigen Streit, der uns beiden Nachsitzende einbrachte. Aber wenigstens war ich mir jetzt über eines im Klaren. Ich würde nie wieder mit ihr befreundet sein. Ich wusste nicht einmal, wer sie war. Lea tat mir leid, aber sie tauchte tagelang nicht auf. Und Nora geriet einfach außer Kontrolle. Sie ließ die ganze Klasse eine Petition für eine Wiederwahl unterschreiben und schickte sie an den Schulleiter. Schlimmer noch, sie nutzte Leas Abwesenheit aus und sagte allen, dass sie die amtierende Schulsprecherin sei. Also, Klasse. Wir werden heute den Mathetest ausfallen lassen und uns das Training der Fußballmannschaft ansehen. Die sind nämlich der Hammer. Wir hören nicht auf dich, Nora. Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Aber wir bleiben hier in der Klasse. Du warst schon immer so ein Loser, Stormy. Widersprich deiner Präsidentin nicht. Wenn ich Mathe schwänze, tun es alle. Weil ich es sage. Das war der Wahnsinn. Und ich wollte auf keinen Fall auf sie hören. Ich blieb in der Klasse und ich war froh, dass wenigstens ein paar andere Kinder es auch taten. Die Wochen vergingen und endlich erschien Lea zu den Prüfungen. Aber sie war nicht mehr das gleiche Mädchen. Sie saß auf dem letzten Platz in der Klasse und redete den ganzen Tag mit niemandem. Ich beschloss sie anzusprechen. Als ich mich ihr beim Mittagessen näherte, stand sie sofort auf und ging weg. Hey, warte mal! Du musst von niemandem weglaufen. Wenn du anfängst zu rennen, wirst du das ein ganzes Leben lang tun müssen. Bleib einfach stehen! Und das tat sie. Sie kam zurück und setzte sich zum Mittagessen neben mich. Und ich sah, wie Nora und ihre Bande uns von weitem anstarrten. Aber das war mir völlig egal. Ich teilte mein Mittagessen mit Lea und langsam begann sie sich wohlzufühlen. Sie erzählte mir, dass sie vor einem Jahr in einer seltsamen Krankheit namens Alopezie erkrankt ist. Sie entschuldigte sich sogar dafür, dass sie so gemein zu mir war. Weißt du, all die Jahre dachte ich, wenn man gemein zu anderen ist, zeigt das, dass man zäh und stark ist. So wie ich dich und Nora bis jetzt behandelt habe, ich glaube, ich habe die Schande verdient. Nein, du hast es nicht verdient, Lea. Es war grausam, aber ich bin froh, dass du deinen Fehler eingesehen hast. Und ich hoffe, das bedeutet, dass wir jetzt Freunde sein können. Wir trafen uns in der Schule und sogar bei mir zu Hause, um gemeinsam zu lernen. Und es war wirklich einfach, mit ihr auszukommen. Wir bestanden die Prüfung mit Bravour und ich freute mich schon auf den Abschlussball. Eigentlich halte ich den Abschlussball nicht für eine gute Idee, aber du solltest hingehen. Es ist nur ich. Ach komm schon, Lea. Du bist doch jetzt die Präsidentin. Du meinst wohl die haarlose Präsidentin. Wenn es nur eine Halloween-Party wäre, könntest du als Voldemort kommen. Halt die Klappe, Nora. Es ist ein großer Unterschied zwischen haarlos und herzlos. Du solltest dir mehr Sorgen darüber machen, wie hässlich du im Inneren bist. Wie kommt es, dass du überhaupt nicht stotterst, wenn du mich anschreist, Stormy? War es dein Plan, damit ich die Wahl verliere? Denk doch, was du willst. Es ist mir egal. Wir sehen uns auf dem Abschlussball. Lea und ich gingen raus. Am Abend ging ich mit ihr shoppen und wir kauften ein paar schöne Kleider für den großen Abend. Und ich kaufte etwas, das Lea schockierte. Eine Perücke. Mit Glatze. Das wird mein Kostüm ergänzen. Ich werde allen zeigen, dass haarlos zu sein eine Mode für sich ist. Wie wäre es mit dir? Sie weinte und umarmte mich fest. Ich hielt Leas Hand fest und ging mit ihr zusammen zum Abschlussball. Wunderschön und haarlos. Einige klatschten. Viele waren sprachlos. Und ich sah meine Freundin vor Selbstvertrauen lächeln. Das machte mich glücklich. Nora machte sich über uns lustig und lachte, aber niemand unterstützte sie dabei. Hey, hör auf, Nora. Lea sieht toll aus. Und es ist mutig von ihr, so zu kommen. Ja, und Stormy mögen wir auch alle. Sie ist wirklich nett. Nora verlor den Verstand und hob ein paar Saftgläser hoch, um sie nach uns zu werfen. Aber in diesem Moment kam die Direktorin vorbei und der Saft flog ihr direkt ins Gesicht. Sie hat Nora sofort aus der Veranstaltung geworfen. Das fühlte sich wie ein Sieg an. Einfach so waren wir am Ende der Schulzeit angelangt. Wir bekamen tolle Neuigkeiten. Lea und ich bekamen ein Stipendium für dieselbe Universität. Am letzten Schultag ging ich auf die Toilette und fand Nora in einer Ecke sitzen und wie ein Baby heulen. Hey, Nora. Ist alles in Ordnung? Was passiert? Ach, ausgerechnet du. Warum bist du hier? Lass mich einfach in Ruhe. Klar, nachdem du mir gesagt hast, was mit dir los ist. Was willst du, hä? Dass ich ein echter Verlierer bin? Gut, ich bin dumm und blöd und habe die Abschlussprüfung nicht bestanden und werde dieses Jahr keinen Abschluss machen. Und ich habe meine ganze Beliebtheit verloren und alle hassen mich. Freust du dich darüber, Stormy? Warum sollte mich das glücklich machen, Nora? Wir waren mal beste Freunde und ich vermisse diese Person. Aber vielleicht ist das eine Chance für dich, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, bevor du diesen Ort verlässt. Sei netter zu deinen neuen Mitschülern. Dann werden sie dich nicht hassen. Du hast gesagt, dass man sich ändern muss, um sie anzupassen. Und ich denke, du musst dich jetzt in eine bessere, freundlichere Version von dir verwandeln. Ich weiß, dass du das kannst. Sie sah mich schweigend an, als ich ihr sanft auf die Schulter klopfte und dann wegging. reib'von rubbish. Klar ist die Arbeitsgruppe. Ich gehe in TikTokBIAN. Untertitelung des ZDF, 2020